Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Wir sind ja immer noch hier in Gossam. Was für eine Überraschung. Und wir wollen heute eine Bombe entschärfen vom Antichristen hier. So, also wir müssen ja, wir haben ja gestern ordentlich versagt oder beim letzten Mal. Mein Gott, dass der immer so lahmgleitet. Ich will schnell hier durch. Weil die Leute da hinten, die sind nämlich, glaube ich, ein bisschen, ein paar, viele. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit, also gestern, die Zeit im Auge behalten. Wie, wo, was, warum. Ähm, da so lange gedauert hat oder ob wir denn noch genug Zeit hatten. Fakt ist, zum Schluss hatten wir, glaube ich, keine Health mehr. Schnell da, schnell da, schnell da. Das mit diesen Druckplatten muss ja auch irgendeinen Hintergrund haben. Das muss ich mir auch nochmal irgendwie näher zu Gemüte führen, weil da gibt es mehrere von Into the City. So, Sionis, das war der nächste Punkt, genau. So, wir machen mal hier einen auf, äh, Moby Dick. Moby Dick der Lüfte. Nein, 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 komm schon. Und Geiersturzflug. Jee-iui. Iee-iui. Pff. Wir werden so und nicht mehr wehten. Und, ach, wir werden so und nicht mehr wehten. Und, ach. Autsch. Schließ dich und an. Hat der einen Knall? Zack, zack. Ah, das läuft gerade ein bisschen besser als vorgestern. Zack, du auch nochmal. Und du legst gefällig das Messer weg hier, du Arsch. Ach. Bämsen. Sehr gut. Und dann mal kurz die Faust und die Bombe rammen. Yes. Fantastisch. Triumphal. Sehr gut. Dann machen wir das nächste. Warte mal. Wir könnten ja hier diese Tauben... Ach, hier sind wir ja stimmt. Hier sind wir wieder am anderen Ende der Stadt. Hier unten ging es aber erst los. Die ganzen Netzwerk-Relais habe ich hier noch nicht gemacht. Nee, noch eine Bombe machen wir jetzt nicht. Wir gehen hier hin. Ach nee, wir sollten ja auch erst mal... Mhm. Okay, gehen wir später. Ich glaube, wir sollten erst mal in die Betthülle. Genau. Wir gehen in die Betthülle. Ähm. Die Frage ist, zeigt ihr mir jetzt die Betthülle hier an? Warte mal, wie ging es nochmal in die Betthülle zurück? Ähm. Ah, so, mit schnell, mit enter. Ach so, einfach der Haken in die Luft und dann geht's ab. Das ist ein Traum. So, jetzt wollen wir uns hier ja irgendein Erschütterungs-Dingsbums abholen. Bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Mhm. Willkommen daheim, Sir. Der Erschütterungszünder liegt auf Ihrer Bergbank. Wenn Sie ihn statt Ihrer Fäuste nutzen, richten Sie bei diesen Polizeibeamten und Staatsdienern weniger bleibende Schäden ab. Mhm. Ist notiert. Auf Ihrer Bergbank. Bergbank, Bergbank, Bergbank. Da drüben. Äh, nö. Bergbank, Offred, wo ist die Bergbank? Das sieht aus wie ein Labor. Das könnte auch eine Bergbank sein, aber das ist nicht unser Ziel. Ach doch. Das ist alles. Sieht aus wie eine Gurke. Taktik gegen große Gruppen. Okay. Okay. Na gut. Dann werden wir mal das Polizeirevier überfallen. Aber erst husten. Moment. Leck mich fett. Ich hasse es, wenn ich krank bin. Ähm... Ich hab... Ich hab drei Bomben. Die Bomben wollen wir nicht. Wo ist denn hier das Polizeirevier? Hier unten. Okay. Wollen wir erst mal Indigma gucken? Hm. Bin grad so ein bisschen überfraked. Ähm... Pass mal auf. Ähm... Wir machen folgendes. Wir werden... Ich guck mal jetzt, ob ich dir die Funk-Türme erstmal noch lahmlegen kann. Dann hab ich hier diesen Netzwerk-Relais, die ich dann erstmal alle wieder ausschalten werde. Also fahren wir erst mal zu dem hier. Achso. Ich kann ja nicht hin. Stimmt. Ich erinnere mich. Äh... Ja, hier. Jetzt geh doch mal ran da. So, da fahren wir hin. Äh, wir machen erst mal noch einen Funk-Turm. Damit wir vielleicht diese beiden Distrikte da unten noch freischalten können. Und dann kann ich in der Pause diese ganzen Netzwerk-Relais mal abklappern. Und dann haben wir wieder ein paar Punkte. Vielleicht ein neues Level. Und... Mann, ist das grad laut hier. Boah. Und dann haben wir natürlich wieder ein bisschen... Ein paar mehr Gadgets sozusagen. So, den hatten wir schon, ne? See, den hatten wir schon. Wir gucken mal den hier. Wo ist er? Da hinten. Zack. Wusch. Zack. Wuh. Ah, der ist ja schon in Sichtweite. Zauberhaft. Wir holen unser Polizeifunkgerät und finden so raus, wo die Körner sind. So. Nein. Hm. Na komm. Ich hoffe, den können wir jetzt hier Cool Nice Ich hoffe, den können wir jetzt hier besiegen So, ihr da und die beiden da Und wir machen mal den Sprungangriff Tschüss Na klar, Stinker lässt sich gleich wieder hier Ene vor Nutz pochen, weil er nicht Ordentlich mit der rechten Maustaste umgehen kann Bämsen Na, komm her, du Zack, und die Beine weggerissen Abermals, hallo Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist Es war mir eine Freude, Batman Aber alles hat einmal ein Ende Ich dachte, hier geht's rein Da geht's rein Oder Hier geht's rein Nee Wie war das alles? Tatsache Äh, Kategorie Oh, links Hm Bettcomputer nicht verfügbar? Müssen wir mich verarschen? Was ist das denn jetzt? Irgendwas stört hier noch Irgendwas stört hier noch Hm Nein, ich hau nicht ab Ich gucke nur Hm Irgendwas Habe ich hier übersehen Nochmal versuchen Wird's nicht besser machen Nee Da war auch irgendwie eine rote Sicherheitsstufe Habe ich gerade gesehen Bloß mit der kann ich nichts anfangen Oh Hübsch Äh Ist vielleicht unten noch irgendwas? Hm Komm, wir testen mal Nur Batman kann sich von 25 Meter hohen Häusern runterstürzen und überlebt den Aufprall Schadenlos Hübsch Hübsch Versiegbare Einheit Die Statusmeldungen bitte Ich habe hier einen möglichen Einsatz Hm Da ist nur so ein Bedring-Ding Ach Quatsch So Hm Okay Oder auch nicht Macht der da mit dem Auto Zack Prügeln wir uns halt mal noch ein bisschen Ein bisschen Übung kann ja nie schaden Natürlich Ein Mann gegen 15 ist doch interessant Na gut, sind vielleicht nur 8 Ach Dammit Doch noch ein Kinnhaken Eigentlich steckt Verdammte Scheiße Au Au Zack Mit einem eleganten Roundhouse Kick Aus dem Leben gepfeffert Beziehungsweise Aus dem Wachkoma Ähm Frage War jetzt hier noch was irgendwo die Polizeistation betreffend? Ne, war Bin gerade so ein bisschen überfragt Ich habe auch keine Zeit oder Lust mich nochmal jetzt zu prügeln Also gehen wir mal zum Grün etwas Kommt man hier hoch? Och ne, komm Sag mir jetzt nicht, ich komme hier nie hoch Ähm Oh no Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich Irre hier quasi Auf der Rückseite lässt es rum In das ich muss So Da geht's hin Gossam City Police Department Mhm Alles klar Unbemerkt Kann man hier alles Stealthy ausschalten? Ich glaube schon Warte mal Den schützen wir auf jeden Fall Den werden wir uns auch gleich als erstes schnappen Na Gehst du runter? Gehst du runter? Dreh dich weg Okay Ach du Kacke Die kann man aber alles Stealthy ausschalten Oh Wo ist der Enigma Ey, hallo? Bedclore Kann ich hier wieder Kann ich jetzt hier nicht Doch, wollte ich gerade sagen Mein Bester Komm nicht hier lang Verdammt So Den haben wir Da hinten lief noch einer lang Der da Ach und der auch hier Okay Der geht Ach du Scheiße Dreht er hier seine Kreise? Dann gehe ich mal hier hin Moment Okay Bitte nicht bewegen Bitte nicht bewegen Bitte nicht bewegen So Sieht den doch bestimmt Oh Da sind zwei Okay Doof Verdammt Jetzt ist die Frage Ist die KI so programmiert Dass sie die sehen oder nicht? Wäre natürlich blöd Wenn Wenn nicht, ne? Das ist eine Eckendeckung Ah Okay So Jetzt müssen wir bloß nach den da hinten gucken Dass der Da oben sind zwei Der geht gerade wieder Ich will bloß nicht so weit vor hier latschen Nicht damit die mich da hinten sehen So Warte mal Irgendwie kam der da hinten jetzt gerade nicht Versuche ich mal den hier auszunocken Na toll Jetzt kommt er Entschuldigung Wir müssen leise sein Was macht der da oben? Frühsport oder was? So Also den könnten wir da ausknocken Und dann haben wir bloß nach hinten Na das ist ja jetzt hier ne Ne nette Nummer Wir sollen ja auch unbemerkt rein Bin gespannt wie wir den dann oben weglocken Unbemerkt So wo gehst du lang? Du gehst hier lang Okay Da hab ich doch was für dich Nein Shit Ist doch klar Gut dann lassen wir uns mal abschießen hier Ich will das Selfie machen Tut mir leid Na gut Aber ich sag mal an dieser Stelle Ja 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 Der Gerechtigkeit wurde genüge getan Jungs Also Sehen wir mal unter die Maske Der lüftet mein Höschen Gut Ladies and Gentlemen Dann machen wir folgendes Wir machen morgen direkt hier an dieser Stelle weiter Natürlich Selfie Und ich will da Selfie rein Tut mir leid Da müsst ihr durch Und wir sehen uns dann wie gesagt Beim nächsten Mal Hört Bin ich hier schon in der Nähe? Achso bin ich schon Gut dann passt das ja Alles klar Also bis morgen Tschüss und bis dann